Die Schweiz erlebte 2022 so viele Bankomat-Attacken wie noch nie. 2023 haben sich die Fälle fast halbiert, die Strategie der Behörden scheint zu fruchten. Unser sonst so sicheres Land verzeichnete im Jahr 2022 einen außergewöhnlichen Höchstwert, im Schnitt einmal pro Woche wurde irgendwo in der Schweiz ein Geldautomat von Kriminellen attackiert. Nachdem die Zahl in den letzten Jahren stetig zugenommen hatte, markierten die 56 Fälle im letzten Jahr einen vorläufigen Höhepunkt. Doch jetzt scheint es zu einer Trendwende zu kommen. Dieses Jahr dürfte die Zahl der Angriffe auf Geldautomaten zurückgehen. 2023 ist es bisher erst zu 23 Vorfällen gekommen, wie das Bundesamt für Polizei, Fedpol, auf Anfrage erklärt. Tatsächlich zeichne sich im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang ab. Das ist erfreulich, allerdings ist die Kriminalitätslage volatil und die Lage kann sich schnell ändern, sagt Fedpol-Sprecherin Berina Repesa. Man sei mit den neuen Fallzahlen noch nicht am Ziel angekommen. Gerade diese Woche gab es zwei neue Bankomatspringungen. Die Behörden wissen dank bisheriger Ermittlungen, welche Gruppierungen für die Angriffe verantwortlich sind. Es gibt unter anderem eine holländische Tätergruppe, eine albanisch sprechende Tätergruppe, eine aus Rumänien, eine aus Serbien und eine aus Frankreich. Dabei handle es sich jeweils um drei bis vier Personen, die die Automaten angehen. Im Hintergrund steht jeweils ein größeres kriminelles Netzwerk. Die verschiedenen Gruppen haben alle ihre typischen Vorgehensweisen. Die Holländer benutzen vorwiegend Sprengstoff, andere eher Zangen und Werkzeug. Die Täterschaft ist gut organisiert, operiert wird oft aus gemieteten Räumen jenseits der Grenze, indem sie eine Basis für Planung, Logistik und Rückzugsraum einrichten. Die Verbrecher kommen nur für den Angriff in die Schweiz, der Angriff dauert wenige Minuten. Sie arbeiten schnell und präzise, attestiert das FEDPOL. Die Behörde kann den Banken selbst keine Anweisungen erteilen, was den Schutz der Geldautomaten angeht. Also setzte man sich im Mai an den runden Tisch, um Lösungen zu besprechen. Mit dabei waren auch die SBB, der Versicherungsverband, ZIX und Bankomatenbetreiber Euronet Services. Die Geldinstitute hätten sich kooperativ gezeigt und seither aufgerüstet, so das FEDPOL. Für jeden Standort muss eine eigene Risikoanalyse erstellt werden. Je nach Risikopotenzial können unterschiedliche Maßnahmen eingesetzt werden wie eine Gittertür, Videoüberwachung oder ein Standortwechsel, so Repisa. Von den ausländischen Tätern konnten dank internationaler Zusammenarbeit bereits mehrere festgenommen werden. Das ist gut und wichtig, aber im großen Kontext reichen Verhaftungen alleine nicht aus, sagt die Sprecherin. Genauso wichtig sei die Prävention, dass Schweizer Ziele für die kriminellen Netzwerke weniger attraktiv werden.